M1 Emma, wo ist denn Emma? Edward, wo ist denn Edward jetzt schon wieder? Easy now, big boy Wow, dieses Haus ist so groß, wo ist die denn jetzt? Oder die beiden noch? Hey boys, wo ist denn hier der Rest von der Gang? Ah, 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 hier, hallo? I have some questions Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary I stay at the local inn You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor My brother Gregory came along for a nightcap He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting And wanted to provide some comfort I believe we went to the Stag's Head around half past eight Wait, is there anything else I can do to help you? Okay Emma, where are you? Okay 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 And that detective asked to come here Madam Carlyle must believe Zachary has murdered Why are Zachary's murdered? Why are Zachary's murdered? Hey, weiss einer von euch, wo Emma ist? And what things is coming along in this time Emma, Schmemmer, wo bist du? Oh, wo ist denn die Dame jetzt? Brrrr Donny Donny Alexa Carlyle Here You must Explain yourself I demand that you return my call ASAP Send You must refresh You should probably Yeah Right Yeah Emma, 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 wo bist du? Emma I need you right now I need you right now Can it be that Emma is outside? If you want to check on that undertaker in charge of the funeral I got worried he's upset when Madame Carlyle I've visited him thoroughly, he's good I need you right now Ah, wo's denn Emma? Gees Emma, Emma, Emma Emma, wo bist du? Emma Ich hab Fragen Emma Habe ich nicht alle Plätze durch? Ah-ha Ich bin nur, ich weiß nicht, über Zachary. Er hat die ganze Zeit in hier mit diesen Plätzen. Nicht vieles Leben, ist es? Well, anyway, I'll be outside if you need me. If you'd excuse me. Ammer Karla, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around eight o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? Nothing special comes to mind. Except perhaps I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one. Letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay. Ich glaube, ich muss noch mehr Fragen stellen. Bei Patrick. Oh ja. Die Farben sind übrigens so flau, weil das Großbritannien ist. Also das sieht hier so aus. Ich muss noch mehr Fragen stellen. Was it maybe somebody put her in the aisle Oooh? Excuse me! Tell me about Zachary.... Did he act strange last night? You know now you mention it? He was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently a friend of his is writing a book. Which strikes me as very peculiar. Ich glaube nicht, er hatte einen Freund. Ist da noch etwas anderes, was du mir fragen? Es gibt noch etwas anderes, was du sagen? Ich bin vielleicht falsch. Aber ich sah Herrn Fernsbee, der Butler, nach Zachary zu kommen. Und er war ein bisschen begeistert, als er mich in der Halle gesehen hat. Es ist wahrscheinlich nichts. Oh, und noch etwas anderes. Bitte, bitte zu Edward. Er kann nur so viel nehmen. Okay. Du bist in Ordnung. Was hast du gedacht, Zachary? Es ist verrückt. Keine Ambition. Imagine zu leben in einem Museum. Vater sagt, Zachary und Alexei waren zwei von einem Kind. Er hatte ein großartiges Zukunft vor ihm. Dann plötzlich, er hat alles verloren. Was ein Idiot. Danke Gott, dass er die Augen und die Augen über die Pedigree ist, wenn er eine Mutter heiraten hat. Ich habe keine Angst, dass sie in diesen Zirkel sind. Wenn das alles ist, denke ich, dass ich zurückkehren zu meiner schlafen, durch die Grenzen. Ich meine, das ist eine ziemlich große Sache, die Mutter zu verraten. Es war es eine Sicherheit. Ich denke, dass sie sich zählen. Alles, was ich höre, ist confidential. Also, du wissen, wo es geht? Ich sage das. Ich liebe ihn. 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 Schieben das alle dem Butler zu. Wir schieben das alle dem Butler hin zu. Kann ich mit dir auch noch mal quatschen? Tell me about Zachary. Zach? Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But you could blame him. The only company he had was his rare plants. And mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger ball. He's better off dead. Is that all? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. So, our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained to us nothing. I think she's scared to earn up to her own mistake. Okay. Boah, die fallen alle nicht raus hier. So, jetzt haben wir alle befragt, ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der... ...Vorgabenkravier. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plans, mother and the staff, were all the company he had. If that's all? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean, apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps at the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And mother will surely have strong opinion on it. I can't breathe. Excuse me. Tja, dann bleiben die drei übrig. Hallo, Herr Krischmann. Äh, dann solltest du Englisch lernen. Wenn das ein Gamebreaker ist. Pretty simple. Mr. Furnsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madam Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. What? Mr. Furnsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madam Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Mama. Was fehlt denn jetzt noch? Äh. 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 Emma haben wir befragt, Rebecca, Edward, Gregory. Aber Emma, da ist doch jetzt auch gar nichts mehr weiter, oder? Hey, how are you? Also die, dass, diese Diskussion führen wir irgendwie jedes Mal, wenn Hitman rauskommt. Hitman war, äh, ist in allen Teilen nicht auf Englisch, äh, auf Deutsch gewesen. Noch nie. Und würde ich auch nie sein. Also wenn das bei Hitman 3 ein Gamebreaker ist für dich, dann hast du entweder die Möglichkeit, Englisch zu lernen, oder hast du Pech gehabt. Es gibt einen Untertitel. Was hat sie eigentlich eh gemacht? So, das waren die Pflanzen. Ich weiß nicht, Oliver, ich weiß nicht. Was ist hebe denn noch? Das ist Madam Carlyle, der hat sich geholfen. Zeit für die Fiehl auf Arthur Edwards. Was? Was? Oh Was? Was? Ich habe doch gar nichts gemacht What the fuck? Habe ich irgende... Äh... Das war ich doch gar nicht, oder? Damit habe ich doch jetzt gar nichts am Hut Äh... The... The fuck? Das war ich doch... Hallo Äh... Wo ist sie denn gestorben? Echt verletzt? Anfeinbarliche Situation Ich habe zuerst... Ja, ich habe zuerst... Ja, ich habe zuerst... So... ...lBrien, die What the fuck? Ich weiß halt immer noch nicht, wo ihr scheiß Büro ist Und vor allen Dingen, wo ist die denn jetzt gestorben? Ich habe doch überhaupt Also im Grunde genommen habe ich doch nichts getan Also muss die doch irgendeiner vergiftet haben Excuse me, Officer, what the fuck? Habe ich irgendwo Gift drauf gemacht? Nee, eigentlich nicht Ich habe kein Gift irgendwo drauf gemacht Also irgendeiner muss Also im Gartenhaus ist die nicht gestorben Wo ist die denn jetzt gestorben? Ey, dieses Büro Nein, die ist nicht im Gartenhaus gestorben Nein, die ist irgendwo im Haus gestorben Ich hatte die Mant Immerg interfert Jetzt Ich habe das kann doch nicht mein ernst sein wo ist denn dieses scheiß büro wo ist der butler jetzt aber das habe ich ja noch dabei das gift aus dem politik das habe ich ja noch das habe ich ja nirgends wohin gemacht und wo ist ihr büro mr fernsby ist aber die muss ja irgendwo noch liegen das ist die dritte zu mr fernsby's office Oh, 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 close the door, peace, tschüss. And a piece of gun right there. Alter, der S-Level macht mich fertig. Wo ist denn ihr Drecksbüro? Und wie kann ich diesen hessischen Fall lösen? Ah! Ah! Weiß denn, willst du hoch? Na, dann los. Passt du da durch? Oi. Noch kleiner Mann? Äh, ich drehe hier noch durch. Irgendwas fehlt mir noch. Ah? Hallo, Sir. Hallo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was machst du denn? Also oben ist... Wo ist denn dieses Büro? Hi Warte, bin ich denn jetzt komplett neben der Spur? Wir waren auch hier überall schon Ist immer Personal Room Kann man hier überall mit der Kamera rumbrucheln? Kameradaten Aha Aha Phil Did you find out if the vote was notarial? Oh Vorsicht! Ja, du musst dich jetzt nicht aufs Mauskabel setzen. So, Esszimmer, das ist da drüben. Geh wechseln. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass wir diesen komischen Scan machen. So eine insignificante Sprache. Wie kann es mich alles runterbringen? Kannst du dich mal nicht aufs Mauskabel setzen, Feinermann? Schauen wir das. Schauen wir das. So ein Miniaturtiger. Oh! Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Mädchen, 65-79, 60-64 Kilogramm. Ich würde sagen, Madame Carlyle ist nächster in der Linie für ein Poisoning. Was? Oh, Leute. Daran... Daran ist das jetzt... Und du denkst, dass es mehr Secrets gibt? Na klar! Daran ist das jetzt gescheitert? WTF? Woher soll ich das denn wissen, dass man irgendwas scannen muss, ey? Oh, Mann, ey. Da hätte ich ja noch drei Jahre suchen können. Oh, boy. Schöne Mechanik. Ziemlich gut. Fällt mir. Was ist das hier? Areal unentdeckt. Ich muss zurück. Ja. Ja. Sorry. Ich muss zurück. Oh. Oh. Hä? Hier ist noch ein Zwischenraum, oder was? Oh. 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 Geheimnisvoller Schalter. Oh. Oh. Okay. Ich glaube, ich weiß, was der geheimnisvolle Schalter ist. My parents would hate him. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, dann müssen wir jetzt einmal raus und rum. Maybe you should ask Mr. Fernsby to see her. Or perhaps you feel like digging a bit more. Na, wir diggen noch mal ein bisschen Moa hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Hello there, sir. Halbes Haus in der Tasche. Ey, dann haben wir das Haus aber auch echt auf den Kopf gestellt. Dann haben wir das Haus aber auch wirklich, wirklich auf den Kopf gestellt. So, dann fehlt jetzt noch eine Sache und die wird, denke ich mal, oben sein. Oder? Oder? So, dann haben wir das Haus. So, dann haben wir das Haus. Ja. Vielen Dank.